Im Literaturmuseum Wien sind Oskar Röhler und Dorte Lisewski zu Gast bei Christian Ankowitsch und sprechen über monströse Mütter, das Wagnis des Schreibens und Berliner Experimente. Herzlich willkommen zur Sommerausgabe der Lesart, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus dem neuen Wiener Literaturmuseum im ersten Wiener Bezirk. Es ist im ehemalig kaiserlich-königlichen Hofkammerarchiv untergebracht. Hier hat Franz Grillbarzer als Archivdirektor gearbeitet. Meine beiden Gäste und deren aktuelle Bücher bilden den größtmöglichen Kontrast zu dieser Ehe, dem biedermeierlichen Umgebung. Ihre beiden Bücher kreisen nämlich um sehr verwandte Themen. Tiefe Verzweiflung, die Suche nach den eigenen Grenzen und die Sehnsucht nach Selbstauflösung. Herzlich willkommen, Dorte Lisewski und Oskar Röhler. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Schauspielerin, Sie sind im Wesentlichen Regisseur und Drehbuchautor. Das heißt, Schreiben ist jetzt nicht Ihr tägliches Tun. Ist Schreiben für Sie eher eine Möglichkeit unter anderem oder ist das etwas Existenzielleres? Es ist sicherlich existenziell, sonst wäre es gar nicht möglich. Und das sucht man sich ja nicht aus, sondern das geschieht ja. Und ich glaube, das hängt aber auch zusammen. Also das ist eine andere Form des Ausdrucks. Aber ich empfinde es nicht als so fremd. Herr Röhler, Schreiben, Filmen, welches Ihrer vielen, Sie machen viele schöne Sachen. Ja, also ich bin wahrscheinlich auch wirklich einseitig belastet. Ich hatte immer das Problem, dass ich eine berühmte Mutter als Schriftstellerin hatte. Und solange meine Mutter lebte, war da immer so ein riesengroßer Schatten. Und ich habe mich dann eigentlich nie getraut, obwohl ich immer schon wollte. Also ich habe eigentlich immer schon schreiben wollen. Und das Filmen war ein Umweg auch. Musste der Schatten verschwinden Ihrer Mutter? Definitiv, physisch? Das war ein Schlüsselerlebnis mit Sicherheit für mich, dass der Schatten meiner Mutter verschwand. Ich habe mich immer wahnsinnig gern von meinem Vater, der Aufschriftsteller war, beurteilen lassen. Er hatte die Rolle des liebenswerten Lehrers. Meine Mutter hatte immer eher so die Rolle der bösen Hexe im Wizard von Oz irgendwo. Wenn die dann so über den Himmel geflogen kamen, dann hat man überall Stiche und schreckliche Dinge. Und hat sich ganz klein gefühlt und hat sich irgendwo versteckt. Es ist so schrecklich, dass man gegen solche offenbar magischen Sachen eigentlich überhaupt gar nichts unternehmen kann. Dass sie einem zwar auch, auch die Bewusstwerdung dessen hat was mit Schreiben zu tun. Hat Sie jemand aufgehalten vor dem Schreiben? Weil Sie haben ja auch nicht mit 20 begonnen oder haben Sie es bisher gemacht? Nein, mich hat überhaupt niemand abgehalten. Wenn dann nur ich selber, weil das natürlich trotzdem fremdes Terrain ist, was ich da betrete. Und ich habe so viel Hochachtung vor guter Literatur, weil davon gibt es einfach sehr, sehr viel. Dass das im Grunde genommen anmaßend ist, überhaupt den Stift zu ergreifen. Und das hat eh lange gebraucht, weil es hat auch sehr lange in der Schublade gelegen. Und es ist eigentlich einem Zufall zu verdanken, dass das Licht der Welt erblickt hat. Ich finde es auch, um das nochmal zu sagen, ich glaube, es ist wirklich einerseits ein echter Wagnis, sich da rauszuwagen mit eigenen Gedanken. Weil dadurch, dass es eben doch viele gute Literatur gibt, Leute sehr, sehr anspruchsvoll sind, bilde ich mir immer ein. Ich habe dann allerdings auch das Gegenteil erfahren. Ich habe gedacht, oh Gott, die sind ja gar nicht so anspruchsvoll, Gott sei Dank. Aber ich glaube, ich bin ein Leser, also ich habe viel Zeit in meinem Leben immer wieder gehabt und habe die eigentlich immer damit genutzt, tonnenweise Bücher zu verschlingen. Und ich glaube, das ist auch für mich so, ich habe unglaublich viel verinnerlicht. Und manchmal beim Schreiben meines langen Romans habe ich dann auch plötzlich gemerkt, dass ich wieder auf so Quellen stoße oder so Lesegeschichten und dann dachte ich, oh Gott, das passt bloß auf, weil sie auch von, ich hatte gehört, dass sie Handke viel gespielt haben. An der Schau gehen und sage ich, hoffentlich kommt jetzt nicht Peter Handke hoch oder kommt jetzt nicht der oder jener plötzlich so, so. Auch wenn man das nicht will und nicht imitiert, wenn man ganz viel gelesen hat, hat man manchmal so eine Tonalität plötzlich, die dann einen erinnert an das, was man gelesen hat und man sagt dann Vorsicht so. Andererseits ist es natürlich der Nährboden, aus dem man schöpft, weil man ja natürlich diese ganze Variationsbreite irgendwann mal inhaliert und gelesen hat. Und dann irgendwo auch, wenn sich das zusammensetzt, auf all das auch zurückgreifen kann. Naja, die Gefahr des Imitats ist groß, wenn man diesen ganzen Rucksack hat und diese ganzen Einflüsse hat oder diese Klänge hat, die Sounds hat oder Strukturen, Erzählweisen, die einem gefallen. Das ist wirklich dann die große Kraft, dem zu widerstehen, dass man jetzt nicht so wie schreibt oder so, sondern sagt, nein, den eigenen Sound finden, den eigenen Stil finden. Wenn Sie auf der Bühne stehen, reproduzieren Sie in einem gewissen Maß den Text fremder Autorinnen und Autoren. Ist es eine Reproduktion dessen, was Sie vorfinden oder wie weit geht eine eigene Autorenschaft in der Aneignung? Also Reproduktion würde ich das nie nennen, sondern es durchläuft ja verschiedene Stadien. Also das ist ja eine Beschäftigung, dann im besten Fall eine Durchdringung, erst allein, dann mit dem Regisseur, bis es hin, also im besten Falle, zur Autorenschaft kommt, nämlich, dass es so wirkt, als ob ich es erfunden hätte, in dem Augenblick, wo ich es sage, dass die Worte mir gehören, aus meinem Herzen, aus meinem Kopf, aus meiner Seele oder Unterleib oder was auch immer kommt. Es ist eine Frage der Geschmeidigkeit, wie weit das gelingt, weil es gibt ja auch sperrige Texte, die dann so manchmal so Steinbrucharbeit sind, so einer schläft oder so etwas, aber es muss einem selber gehören, ansonsten wirkt es immer artifiziell oder aufgesagt oder halt nur eitel und das interessiert mich nicht. Herr Röhler, Ihr Roman heißt Mein Leben als Affenarsch. Gleich am Beginn schildern Sie eine sehr eindrucksvolle Szene mit der Mama, der Hauptfigur, Ihres alter Ego, des Robert, die einen Orangutan-Mantel trägt. Im weiteren Verlauf führen Sie den Begriff des Affenarsches aber nicht mehr weiter aus. Gibt es eine Definition davon, die Sie mir jetzt geben könnten für den Titel und für den, wer das ist, wie die Rolle? Der Titel drückt im Grunde vielleicht im besten Fall, wenn das jemand bemerkt, was wie eine Art Selbstironie vielleicht trägt er in sich, hoffentlich. Und ich wollte einen selbstironischen Titel und das war so eine gängige Rede, wenn du mein Leben, also du Affenarsch. Das ist eine gängige Rede, also zumindest in Deutschland. Ja, aber zumindest. Du Affenarsch. Ach, sagt man nicht, ja? Also, okay. Aus der Kindheit kann ich das. Heute kennt man es vielleicht nicht mehr, aber der hat einen dann immer auch noch an den Ohren gezogen möglichst und das war immer dann, wenn man was falsch gemacht hat, dann hat man noch so einen kleinen Schlag in die Nieren gekriegt, einen Faustschlag in die rechte hinter der Niere. Und du Affenarsch. Ach so. Was allerdings auch natürlich bedeutet, dass diese Lebensweise, wie sie damals geführt wurde, wenn du sie heute führen würdest, würde man dich ein Penner nennen. Und ich finde, Penner sind immer so Symbolfiguren für die Gesellschaft, weil sie einfach so total Verweigerer sind. Weil warum wirst du ein Penner? Weil du lauter Sachen auf dich nimmst und auf dich ziehst, die andere Leute von sich abstoßen, indem sie ganz viel arbeiten, sich anpassen, zur Gesellschaft gehören wollen, zum Establishment gehören wollen und so weiter und so weiter und so weiter. Und diese Totalverweigerungshaltung, von der man sich dann irgendwann notgedrungen trennen musste, schweren Herzens oder wie auch immer, die steckt sehr in dem Buch drin. Die ist eigentlich so die Apotheose der Selbstverweigerung. Das ist jetzt der österreichischen Unkenntnis geschuldet. Ich habe versucht, eine Linie von dem Affenarsch von Herrn Röhner zu Ihrer Erzählung gefunden und habe sie gefunden, hoffentlich. Es gibt eine kleine Stelle, wo es in Ihrer Erzählung Hera, Sie schreiben, gestern hast du dir ein rosa T-Shirt mit einem Affengesicht darauf gekauft. Du glaubst, du drehst durch. Was hat es in diesem Moment mit diesem T-Shirt, mit diesem Affengesicht, was haben Sie da vor sich gesehen? Da müsste ich jetzt ausholen. Das ist sozusagen aus dem Zusammenhang zu betrachten. Das ist ja in der Erzählung Hera, diese Frau, die auf diese Insel der Fruchtbarkeit da kommt, wo Hera zu Hause war und eben keine Kinder kriegt und sozusagen alle möglichen Stationen dadurch läuft. Und wenn man weiß, dass das sozusagen ein Auslaufmodell ist bei ihr, weil der Freund sie verlassen hat oder wie auch immer man das lesen möchte, dann ist es natürlich fragwürdig, wenn sich eine Frau in dem Alter sozusagen dann ein T-Shirt mit einem Affen draufkommt. Das ist sozusagen wie eine Art Selbsternährung oder die größte Blamage, sich selber gegenüber mit einem T-Shirt mit einem Affen rumzulaufen, weil man ist sozusagen dann der Affe. Also das ist wie ein freiwilliger Prager. Sie haben nicht nur das Buch geschrieben, sondern mehr oder weniger parallel dazu den Film Tod den Hippies ist lebe der Punk gedreht. Ist der Buch die Verschriftlichung des Films oder ist der Film die Vorarbeit zum Buch? Wie verhalten sich die beiden Vormann zu? Merkwürdig. Und es erzählt viel über unser System. Wir sind ja, beim Film sind wir genauso wie beim Theater im Grunde genommen staatlich subventionierte Kulturbeamte. Dazu zähle ich mich auch mittlerweile durch 20-jähriges Schaffen. Und beim letzten Buch, Drehbuch, also es fing mit dem Drehbuch an, hatte ich irgendwann mal das Gefühl, da steckt so viel subversiver Impact dahinter und die Dialoge sind so unbotmäßig, dass ich möglicherweise, wenn ich Pech habe, den Film nicht gefördert bekomme. Oder ich bin davon ausgegangen, wenn ich jetzt nicht alles zensiere und nochmal neu schreibe, wird der Film nicht gefördert. Daraufhin habe ich, weil mir der Gedanke wichtig war, der hinter dem Ganzen steckt und so weiter und so weiter, da gab es auch viele Prosa-Stellen und viel so geschrieben, dass ich kann das gar nicht mehr anders machen, dass ich dann das Buch auf 80, 90 Seiten runtergehackt habe mit großem Spaß irgendwie und ganz freiem Kopf und als ich dann das Drehbuch wieder aufgriff und wir das einreichten, war es de facto tatsächlich so, dass die uns kein Geld gegeben haben dafür erst mal. Also ich habe den Film auch mit sehr viel weniger Geld produziert, da bin ich auch. Von daher ist es auch so einer Angst geschuldet, dass man einfach mit bestimmten Geschichten nicht durchkommt. Man darf Figuren nicht Dinge in den Mund legen, auch wenn es nur Figuren sind, wo Leuten dann vielleicht erst mal die Haare zu Berge stehen, weil sie die für, weil da was weiß ich, möglicherweise Leute sich verletzt fühlen, Minderheiten beleidigt werden oder, 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 oder. Sie haben die erste Fassung begonnen, das Buch zu schreiben, erzählen Sie im Interview, auf einem Blackberry auf Mallorca in einer Hafenkneipe. Wie schreibt man einen Roman auf einem Blackberry? Mit zwei Daumen? Oder wie geht das? Kann ich Ihnen zeigen? Wie geht das? Das geht, du schreibst den einfach, ich tippe immer mit dem Zwei-Finger-System. Ich kann den Daumen nur benutzen, um dann irgendwie Groß- und Kleinschreibung noch zu, nee, du tippst das Ding, ich denke ja nicht wie so ein rumflitzender Hase, der dann irgendwie, ich überlege ja auch so ein bisschen und dafür reicht es dann aus mit der Geschwindigkeit. Und ich bringe die Reinschrift dann, also ich habe dann, die Reinschrift passiert ja dann auch später. Aber ich habe de facto wirklich zehn so Dateien auf dem Dinger gehabt. Das ist der Roman auf dem Blackberry. Das ist der Roman auf dem Blackberry. Aber das ist so, wie wenn du mit dem Notizbuch durch die Stadt läufst einfach. Das ist nichts anderes. Und Sie? Ich bin ja so ein Dinosaurier. Nein, ich bin total altmusch. Ich brauche Papier, Stift, Notizbücher, Zettel, Hefte. Oh, das bringt Glück. Das bringt Glück. Scherben bringen Glück. Papier, also wie gesagt, Hefte und so weiter. Und dann irgendwann tippe ich das halt in den Computer ein oder so. Aber ich habe einfach Schwierigkeiten mit Bildschirmen. Das ist aber eine rein optische Geschichte. Und ich brauche irgendwie die Haptik des Papiers, und ich muss das irgendwie in der Handtasche haben. Und jederzeit dieses Gekritzel, das gehört irgendwie dazu. In Ihrer Erzählung Biblis erzählen Sie den Mythos der gleichnamigen Frau nach, die sich unsterblich in ihren Bruder verliebt, den sie nicht bekommt. Und der flieht dann von ihr. Da gibt es ja unterschiedliche Fassungen davon. Das ist jedenfalls ein sehr griechischer, großer mythologischer Stoff. Genauso wie die Hera-Erzählung ja auch. Welche Beziehung haben Sie denn zur griechischen Mythologie? Also nach diesem Erzählbaren schaut es aus, als ob das eine wichtige kulturelle Folie für Sie ist. Naja, das ist der Fundus, aus dem wir alle schöpfen. Also ob das jetzt die Odyssee ist, oder die Metamorphosen, wie in diesem Falle, oder die Bibel sogar. Also das sind sozusagen Ur-Raster von menschlichem Verhalten. Oder Ur-Möglichkeiten und Ur-Themen. Das heißt, es geht immer irgendwo um Sex, um Gewalt, um Verrat, um Rache, um ich weiß nicht was. Und die Griechen das besonders toll konnten, dass man sozusagen schöpft. Wobei das hat sich auch zufällig ergeben, dass ich sozusagen darauf gestoßen bin und habe dann versucht, eine moderne Adaption zu machen. Aber wenn es einen Fundus gibt, dann den griechischen. Frau Lisevsk hat angesprochen, über die großen dramatischen Erzählungen der Menschheitsgeschichte. Ihr Buch ist ja auch nicht frei davon. Haben Sie sich jemals erschrocken über das, was dann plötzlich vor Ihnen stand, was Sie geschrieben haben, Szenen? Ja, ich bin überwältigt, wenn ich es ganz toll finde. Dann denke ich, wow, ist das gut. Und das merkt man ja auch. Mir kann keiner erzählen, jeder hat in seinem Buch absolute Lieblingspassagen, wo man jetzt denkt, die sind vielleicht auf eine gewisse Weise so großartig, wie man das selber einfach nur kann. Und andere sind nicht so ganz so toll. Und so ist ja nicht alles gleich gut. Und das überrascht mich, wenn mir was gelingt, was mich wirklich abheben lässt, sage ich mal. Wo ich die Logik, die Ratio, all die Dinge oder das Korsett an Vorschriften regeln, was ich normal so kenne, durchbrechen kann und dann sagen kann, wow, ich bin jetzt hier auf einer Ebene gelandet, die kannte ich nicht. Die ist unbekanntes Terrain für mich. Da habe ich was entdeckt für mich und rausgefunden, auch über die Literatur und so. Und das ist für mich das, was mir am meisten Spaß macht, sage ich mal. Aber so, ob ich jetzt schmutziges Zeug schreibe oder irgendwelche skandalöse Zeug, das ist halt, wie es ist. Also manchmal mache ich es nicht. Das kommt so und so. Aber da bin ich überhaupt nicht. Wie heißt das? Ist einmal der Ruf ruiniert, dann lebt es sich immer ungeniert. Kennen Sie das plötzlich, was vor Ihnen steht, wo Sie gedacht haben, das ist von mir? Ja, also das ist ein sehr seltsamer Zustand. Das ist ja zwischen bewusst und unbewusst. Also in dem Augenblick, wo es niedergeschrieben ist, da möchte ich gar nicht zu sehr drüber nachdenken, weil das eine gewisse Spontanität und eine gewisse Unschuld hat im Zugriff oder in einer möglichen Erkenntnis. Beim Wieder-Drauf-Schauen kommt dann sozusagen die Zensur oder der genauere Blick oder so. Aber das ist so, wie wenn man einen Schauspieler fragt, wie spielst du da eigentlich den Moment oder so? Es gibt so Geheimnisse, an die darf man nicht rühren, weil dann sind sie kaputt. Sie haben gesagt, das Berlin der 80er Jahre war wahnsinnig experimentierfreudig. Das erfolgreichste Experiment, das Sie in dieser Zeit unternommen haben, war welches? War, mich in tiefste Depression zu stürzen aufgrund von Untätigkeit und Drogen. in einen völligen Sinn entleerten Raum zu katapultieren in so eine völlige Ausweglosigkeit. Das war mein Experiment und das hörte eigentlich auf Mitte, Ende der 80er Jahre erst. Aber wie gesagt, ich war auch unter so einem Bann, das beschreibe ich ja in dem Buch auch. Und ich war lange Jahre quasi Opfer einer nicht stattgefundenen Erziehung des Herzens, der Bildung, der bürgerlichen vielleicht auch Bildung. Man hat mir keine Regeln an die Hand gegeben, wie ich mit einem selbstständigen Leben umgehen soll. Also von daher war jedes Experiment ein Experiment in dieser Zone und konnte eigentlich nichts anderes werden als das, was es war. Herr Röhler schildert sehr intensiv in seinem Roman diese Berlin-Folie und dieses Laboratorium. Sie haben sehr lange in Berlin gelebt, 20 Jahre. Welche Form der Kultur, was ist bei Ihnen noch angekommen von dieser Traditionslinie und was war ganz neu? Weil Sie sind in 89ern wie... Ja, 88, 89 bin ich nach Berlin. Naja, Berlin war einfach nicht Deutschland. Berlin war durch... Es war wie so ein Melting Pot, da ging man hin, um dort etwas zu erleben oder zu sehen, natürlich gerade kulturell, was es sonst in Westdeutschland nicht gab. Die Leute waren anders, die ganze Szene war anders. Dann war ziemlich rasch die Wende, also für mich, weil ich ja erst so kurz da war. Und was ich an Berlin mochte, war vor allen Dingen die lebendige Geschichte, die man gesehen hat. A, durch die rein geografische Situation, durch die geteilte Stadt, durch die Zikatrisierung der Häuser, das war alles sozusagen mit Einschusslöchern voll und so weiter. Also Geschichte war nicht eine Chiffre, das war nicht irgendwie irgendein Zitat oder so, sondern es war einfach zu sehen. Es neigt sich jetzt langsam dem Ende zu unserer Gespräche. Deswegen am Schluss ein kleiner Versuch. Ich sage Ihnen jemals zwei Begriffe und Sie suchen sich bitte einen davon aus und begründen Sie. Ich frage auch nicht nach, warum oder weswegen. Sonnenauf- oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang? Aufgang? Untergang. Kochen oder kochen lassen? Kochen lassen. Kochen. Sie in zehn Jahren, schauerliche Vision oder schon okay so? Schauen wir mal. Ich plage mich mit der schauerlichen Vision rum, aber... Schauen wir mal. Bleiben oder gehen? Sie stellen aber auch Fragen. Die ist nicht schlecht, oder? Oh Mann. Sie ist auch die Letzte. Blähen. Gehen.